Musik Sein Pferd geht in die Millionen. Ja und? Soll sie doch zur Polizei gehen. Sie will aber uns. Um zwei Uhr nachts? Ihre Mutter hat ihr viel von den drei Junior-Detektiven erzählt, als sie noch klein war. Und bei Durchsicht der alten Unterlagen ist sie auf eine unserer Visitenkarten gestoßen. Die hat sie über 50 Jahre lang aufgehoben? Ja, anscheinend. Sie war von unserer Arbeit damals hochbegeistert und ihre Tochter will uns deshalb mit dem Fall beauftragen. Wie ist sie an unsere Adresse gekommen? Sie hat uns gegoogelt. Tut mir leid. Ich werde nicht mehr mit Cameron zusammenarbeiten. Das musst du auch nicht. Aber wärst du denn mit Jonas als Ersatz einverstanden? Jonas? Wie? Aber, aber, ja, natürlich. Prima, dann mach dich fertig. Wir holen dich in drei Stunden ab. Was? Wie jetzt bitte? Der erste Flug nach Spanien geht bereits um sechs. Spanien? Richtig gehört, Spanien. Ole, bis später. Meine Güte. Wie soll ich denn so schnell meinen Impfschutz auffrischen? Dann? Euer Steffer. Ausatmen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.